Willkommen zu einem neuen Part. JEMP! Willkommen. Ich muss besser fliegen, verdammte Scheiße. Ich muss besser fliegen, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Ich muss besser fliegen, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Okay, ich darf jetzt gar keine Fehler machen. Okay. Wie das jetzt mich wieder schon aufregt. Ich will das normal machen. Ich kann boah. Boah, sie haben ja einiges drauf. Ach, das war nur Glück. Was ist mit unserem Ziel? Sie haben uns noch nicht bemerkt. Du gehst etwas näher ran. Verdammt doch, Scheiße. Sag schon, wie lange brauchst du noch, um den Motor zu reparieren? Ich bin gleich fertig, Alice hier. Mach zu, äh, Stare. Das ist nur passiert, weil du diese Hallenloch fliegende Worte-Schwester. So, ich bin Anführung an Mädels. Oh. So, davon startete ein Reiseführer auch, aber nichts. Hab ich dich, Alice hier? Oh, Waffel, was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich fragen. Was machst du soweit von zu Hause? Ah, dafür gibt es einen guten Grund. Zeit zielen? Zeit zielen? Und was soll denn dieser ganze Tumult? Ah, dafür gibt es auch einen Grund. Ähm. Der Motor läuft wieder. Du scheinst es mit den, äh, Zeitziehen. Je, sehr, ähm, ja, sehr eilig zu haben, Alice hier. Äh. Alice hier. W-Waffel, du, du stinkst. Idiot. Was geht hier überhaupt ab? Alice hier. Stare, starte den Motor. Verstanden, Schwester. Claire. Claire, Feuer, ein Leuchtgeschoss ab. Blende sie. Gesagt, getan. Tut mir leid, Waffeli. Boah, meine Augen, meine Augen. Red Panther, seid ihr in Ordnung? Ja, jetzt geht's wieder. Mir geht's gut. Ich hab mich hinter einen hinterhin versteckt, Waffel. Ähm. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Haha. Zurück zum Thema, Chef. Sollen wir Sie total benachrichtigen? Sag Ihnen, dass wir die Waffe von Alice hier wieder aufnehmen. Verstanden's ja. Ich denke, du kannst zur Patrouillenzentrale zurückkriegen, Red. Ich glaube nicht, dass sich Alice jetzt so bald wieder hier blicken lässt. Okay, ich mach mich auf den Weg. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie nochmal meine Hilfe benötigen. Mach ich, bis dann. Ja. Ein Messenger wird sich freuen. Oder nicht? So war das also. Und die Schwarzkatzenbande konnte entkommen. Ich hab schon gehört, Waffel hat mir über Funk einen kurzen Bericht gegeben. Ich hab gehört, dass du deine Pflichten sehr gut erfüllt hast. Hier ist deine Belohnung. Danke. Hey, hey, hey. Du kannst ihn inhaltenden, erhaltenden Flieger den Aerobo Givo fliegen. Kann sein, dass wir dich noch einmal zu Hölle rufen. Was zur Hölle? Ich hab irgendwas bekommen. Ich hab hier alles so schnell weggedrückt. Ich hab irgendwann Rumpf bekommen oder so. Okay. Asmodeus. Anpassen. Fünf Stück. Okay, dann ist es nicht das hier. Kabine vielleicht? Weißt du irgendwas? Okay, nächstes Ziel. Samaulieden. Samauliede. Quest, Quest, Quest. Hier sind die Quests, die du da sehr annehmen kannst. Unkraut Jäten. Wir werden den Unkraut im Wald nicht mehr her. Wir suchen jemanden, der es jädelt. Bitte komm zum Waldeingang, Chef Jäger der Anju. Sprich mit den Blauen Windern am Waldeingang. Also dann, viel Glück. Okay. Ah, da bist du. Sind sie denn jemand, der um Hilfe beim Unkraut Jäger gebeten hat? Ja, etwas tiefer im Wald haben wir ein echtes Problem. Um Unkraut allein könnten wir uns selbst kümmern, aber es zieht bestialische Insekten an. Es wäre toll, wenn du nicht nur Unkraut jäten, sondern auch die Insekten vernichten könntest. Klar, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klappe. Kein Problem. Vielen Dank. Soll ich dir den Weg in den Wald zeigen? Nein. Äh. Ach, verdammt. Ja, ich weiß, wo der Weg ist, aber egal. Ich bin bereit. Danke. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt in... Sieben Minuten. Gesagt. Der Wald ist bis tief in das Herz von Unkraut überfallen. Jede Bitte auch doch das Unkraut. Kein Problem. Also dann. Aber ich muss aber schon was sagen. Sohn-Kott ist ganz schön groß. Nichts, womit er da nicht fertig werden könnte. Stimmt, die Sache ist bis schnell erledigt. Okay. Ja. Dieses Gebiet hat mir dann gereinigt. Das ging aber schnell. Okay. Okay. Immer schön nachgucken, ob da nix auf dem Boden ist. Ach, Gott. Weg mit dir. Weg mit dir. Okay, dann haben wir alles hier. Hm, so eine simple Aufgabe ist das. Was bist du für ein Viech? Oh, ich käme es wohl gerne. Okay. Okay, das haben wir dann auch nicht. Okay. Oh, das ist alles so witzig. Okay. 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 Okay, dann haben wir das auch. Wie tief wird das noch einiges geben? Okay, wenn ihr jetzt wollt. Okay. 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 Okay, wie lange geht das noch? Okay, das letzte. Meine Sack ist, ich glaube, hier endet der Welt. Schön, dass du es bemerkt hast. Langsam, das geht jetzt. Okay. Achso, so ist die Schwäche von dem Wichser. Während er springt, muss man seine Kinder auf ihn werfen. Springst du? Okay, oder er ist jetzt schon tot. Eine Witzfigur, aber richtige. Das war's, fertig. Dann geht's zum Eiking zurück. War das jetzt wirklich alles? Okay. Ja, die hatten das echt... Die hätten das echt anders machen können, dass also, dass ich nicht den Weg jetzt alleine jetzt durchgehen muss. So, so, so. Jetzt bist du zufrieden, oder? Der Wald ist jetzt wieder unkartfrei. Vielen Dank. Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit möchten wir uns, äh, ich zeigen. Danke. Der Wald ist ziemlich verwildert. Vielleicht sollten sie sich häufiger um ihn kümmern. Du hast natürlich recht. Vielen Dank für den Hinweis. Hm, da hat wohl einer geschlampt. Okay. So, haben wir dann alle Missionen wieder erledigt. Jetzt können wir einfach in Ruhe. Speichern. Und raus. Nächstes Ziel. Kapitel 9. Held und Nah. Es gibt mehrere Kapitel. Keine Sorge. Beluga und wir gehen also vom Anfang an getrennt vor. Das ist der Plan. Ich mache den Riesentertz, um ihre Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Los, den zeigen wir es, Red. Okay. Und ein goldenen Rohr. Ich bin auch gleich den Part und wir sehen... Und wir machen das nächste Mal weiter. Red, ist alles okay bei dir? Ist ja alles okay? Das weiß man nicht. Wir sehen uns im nächsten Part.